Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Marc Fleischer von der Firma ABB in Heidelberg und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Tutorial über die Möglichkeit und die Programmierung, wie man mit einem konventionellen Taster zwei unterschiedliche Funktionen ausführen kann. Viel Spaß! Folgende Punkte werden wir uns also in diesem Tutorial ansehen. Zum einen natürlich die Anforderung, die an uns gestellt wird mit dieser Doppelbedienung. Dann einmal die Lösung mit der USU, das heißt mit der Unterputtschnittstelle und einmal die Lösung mit dem Binäreingang als Reineinbaugerät. Die Anforderung, die an uns gestellt wird, stellt sich wie folgt dar. An der Haustür des Kunden ist ein konventioneller Taster installiert. Bei kurzer Betätigung soll das Flurlicht ein- und ausgeschaltet werden. Bei langer Betätigung soll die gesamte Beleuchtung zentral ausgeschaltet werden. Der konventionelle Taster ist an einem Binäreingang angeschlossen. Wir werden uns beide Lösungen ansehen. Einmal die Lösung der Binäreingang als Reineinbaugerät und einmal die Lösung der Binäreingang als Unterputtschnittstelle. Schauen wir uns als erstes mal die Lösung in der USU an. Wie immer im KNX führen mehrere Wege zum Ziel. Wir wählen als erstes die Funktion Schaltsensor aus und wir brauchen eine Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung, wie es ja in der Anforderung des Kunden formuliert worden ist. Wir möchten bei kurzer Betätigung das Flurlicht ein- und ausschalten, also um, und wir möchten bei langer Betätigung zentral ausschalten. Die lange Betätigung definiere ich mal in einer Zeit von 5 Sekunden. Als nächstes kommt die Frage, wie viele Objekte für diese Funktion benötigt werden. Da wir einmal das Flurlicht an- und ausschalten wollen und zum anderen eine zentrale Ausfunktion für die Beleuchtung realisieren wollen, werden an dieser Stelle zwei Objekte benötigt. Dementsprechend setze ich hier auch den Punkt auf zwei Objekte und sehe hier drüben auf der linken Seite einmal ein Objekt für Schalten und einmal eins für Schalten lang. Somit wäre das die erste Lösung, um das Ganze zu realisieren. Anhand des B-Kanals würde ich die zweite Lösung mal vorstellen. Hier gibt es die Möglichkeit Taster mit Mehrfachbetätigung. Wenn wir den Taster mit Mehrfachbetätigung anwählen, haben wir als erstes wieder die Möglichkeit zu parametrieren. Der Eingang ist bei Betätigung geschlossen. Wir brauchen eine einfache Betätigung und wir möchten bei Betätigung die Beleuchtung umschalten. Bei jeder Betätigung Ja. Zusätzliches Objekt für eine lange Betätigung Ja. Die lange Betätigung ab einer Zeit von den eingestellten fünf Sekunden und der versendete Wert soll in diesem Falle aus sein. Auch hier haben wir jetzt wieder die Einfachbetätigung mit der Umfunktion und wir haben die lange Betätigung mit einem Ausbefehl. Jetzt könnten wir noch eine dritte Funktion nehmen, allerdings eher eine Bastellösung in Anführungszeichen. Wir könnten einen Jalousie-Sensor wählen. Man könnte beim Jalousie-Sensor sagen, kurze Betätigung, entweder Lamelle fahren oder umgekehrt. Auch damit haben wir wieder einen Unterschied zwischen kurz und lang. Die lange Betätigung könnte man wieder auf fünf Sekunden setzen und dementsprechend hätten wir also jetzt hier auch eingestellt für auf ab fahren, Lamelle verstellen. Wir haben gesagt, kurze Betätigung fahren, kurze Betätigung fahren, heißt Jalousie auf ab. Das wäre jetzt unser Objekt für die Flurbeleuchtung und das Stoppen wäre das zentral aus. Schauen wir uns nun die Lösung im Binäreingang an. Auch hier über die Parameter als erstes mal die Frage, was für Bedieneinheiten sind am Binäreingang angeschlossen. Wir haben festgelegt, dass wir hier mit Tastern arbeiten wollen. Ich gebe auch an der Stelle mal wieder zur möglichen Lösung unterschiedliche Taster frei. Der Binäreingang, Eingang A, soll also verwendet werden. Es ist ein Störmeldeeingang bzw. in unserem Fall jetzt ein Schaltsensor, um dort bei demselben Beispiel zu bleiben wie bei der USU. Die Frage, die kommt, möchten wir eine Unterscheidung zwischen kurzer und langer Betätigung haben? In unserem Fall Ja und jetzt steht hier ein Vermerk. Kurze Betätigung, Ereignis 0. Lange Betätigung, Ereignis 1. Nichtsdestotrotz taucht hier nirgendswo die Frage auf nach einem zweiten Objekt. Wir sehen auf der linken Seite hier auch nur ein Objekt. Das bedeutet, bei diesem Binäreingang funktioniert das Ganze von der Parametrierung her etwas anders. Ich brauche das Schalten 1. Hier oben steht es, Schalten 1 für die Funktion kurze Betätigung und ich brauche das Schalten 2 für die lange Betätigung. Das heißt, ich muss auch dieses einmal markieren. Jetzt möchte ich mit dem Schalten 1, also die kurze Betätigung auslösen. Ich gucke nochmal oben nach. Kurze Betätigung heißt Ereignis 0. Also mit dem Ereignis 0 möchte ich umschalten. Mit dem Ereignis 1 möchte ich hier an der Stelle gar nichts tun, da ich ja hier über die Flurbeleuchtung schalte. Mit dem Ereignis 1, also lange Betätigung, möchte ich zentral ausschalten und natürlich an dieser Stelle mit der Flurbeleuchtung weiter gar nichts tun. Lange Betätigungszeiten noch parametrieren auf 5 Sekunden und damit haben wir dasselbe parametriert wie eben gerade bei der USU über den Parameterschaltsensor. Schauen wir uns die nächste Möglichkeit an. Das war der Taster mit Mehrfachbetätigung. Gehen wir hier auf unsere Mehrfachbetätigung, haben wir also auch hier wieder die Möglichkeit einzustellen, zusätzliches Kommunikationsobjekt für lange Betätigung. Ja, lange Betätigung ab 5 Sekunden. Wir möchten eine Einfachbedienung haben. Der Wert, der dabei verwendet werden soll, soll um sein. Klar, wir möchten das Flurlicht ein- und ausschalten. Bei jeder Betätigung senden oder eben erst bei Entscheidung versenden des Kommunikationsobjektes für lange Betätigung wäre in unserem Fall dann aus. Damit haben wir auch den Taster für Mehrfachbetätigung parametriert. Jetzt fehlt uns an letzter Stelle noch die Freigabe, die Bastellösung und Anführungsstrichen Jalousiesensor, so wie wir das auch bei dem anderen Taster gemacht haben. Auch hier können wir wieder unseren Eintastenbetrieb, wir hatten für kurz Fahren oder für kurz Schritt, je nachdem wie Sie wollen, wieder unser Ein-Bit-Objekt. Wir haben wieder unsere 5 Sekunden Fahrzeit und dementsprechend auch hier wieder für Auf dann eben dementsprechend die Flurbeleuchtung für die Lamellenverstellung, lange Betätigung, die Zentralfunktion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.